Ich wollte frage, dass wir uns selber fahren, dass wir die Hofpunkt saubern. Und wahrscheinlich haben die Hofpunkt sauber. Wenn wir mal so hochziehen, finden wir da nicht noch ein bisschen was. Ja, ich würde es immer sagen, automatisch bleiben wir auf die Tür. Also, dass wir alle achten können, dass wir alle auf die Tür stehen, das Telefon noch nicht, ja. Ja, ich würde es immer wieder auf die Tür stehen. Ich würde es immer wieder auf die Tür stehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020